Let it snow, let it snow. Wir haben zu einem kleinen Weihnachts-Winter-Special. Wir sind hier gerade auf dem Mindplex-Server. Wir gucken uns hier ein bisschen die wunderschöne, detaillierte Winterlandschaft an. Das sieht unglaublich hübsch aus, was sie hier gemacht haben. Und ich wollte eigentlich gerne eins von diesen Winterspielen hier spielen. Das darf ich aber nicht ohne Resource-Pack. Ich hoffe, ich darf jetzt hier in Snowfight rein. Ja, da darf ich rein, okay. Also ich bin gerade ganz neu. Es ist jetzt gerade der 24. Dezember. Es ist morgens. 10 Uhr, glaube ich, ungefähr. Und ja, mir ist gerade eingefallen, Huch, wir haben ja gar kein richtiges Special für Weihnachten auf unserem Kanal. Wir hatten eigentlich vor, was in unserer Minecraft-Welt zu bauen. Aber irgendwie haben wir das jetzt voll vercheckt, weil keiner Zeit hatte und so. Und jetzt bin ich Kid Sportsman, okay. Collect no balls. Also kann ich, okay. Ja, und, ähm, kann ich hier mal runter. Ja, und deshalb haben wir halt jetzt irgendwie kein Special gemacht. Und das Problem ist jetzt, dass, ähm... Geht das nicht mehr? Ich kann nicht mehr als nächstes Namen. Das Problem ist jetzt, dass die Leute... Wir sind übrigens grün. Dass unsere lieben... David und, ähm... Bernd... Es ist gerade schön zu reden und zu spielen. Äh, kann man den auch so treffen, so, oder? Ähm... Bum, bum, bum. Das Problem ist, dass die jetzt, ähm, gerade auf K... Auf K... Was labere ich? Warum geht das jetzt nicht mehr? Leckig? Vermutlich. Auf jeden Fall sind die jetzt gerade... Hui! Leggy Minecraft. Ähm... Die sind auf jeden Fall jetzt gerade... Ich wurde getötet und hab's nicht mehr gekriegt. Die sind auf jeden Fall nicht da, ne? Also die sind noch am Schlafen oder halt am Weihnachten feiern. Oder, ja... Ne, was man halt so macht an Weihnachten. Keine Ahnung, ich bin grad verwirrt. Auf jeden Fall sind die da und... Deshalb können wir jetzt gerade mit denen nicht spielen. Ne? Aber ich dachte mir... Was ist denn an Weihnachten ohne ein Weihnachtsspecial auf YouTube? Also... Sind wir jetzt hier... Oh, was ist denn hier los? Also sind wir jetzt hier mit mir alleine. Ich hoffe, ihr ertragt das. Ist nicht zu schlimm. Ähm... Und versuchen diese Snow-Chaos-Dings-Fight hier irgendwie zu machen. Also man muss irgendwie Gegner mit Schneebellen abwerfen. Aber ich bin nicht so begabt. Ups. Also ich treffe schon manchmal, aber wo bin ich denn jetzt drin? Ich treffe schon manchmal, aber nicht immer. Und ich habe das Gefühl... Dass ich durch meinen Lag... Hier gar nicht wirklich was erreichen kann. Vor allem, weil die nicht stirbt. Oh, jetzt bin ich tot. Die ist aber auch irgendwie OP gewesen, die Truller. Naja. Und es laggt ganz schön, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt... Ob wir irgendwie was Besonderes hätten machen können, sollen tun an Weihnachten. Ich dachte mir, es ist einfach okay, wenn ich euch alle fröhliche Weihnachten wünsche. Und ähm... Schöne Geschenke und so weiter und so fort. Und... Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Jahr wieder. Also natürlich ist jetzt noch eine Woche ganz normal Videos und so. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Vielleicht schaffen wir ja ein Silvester-Special zu machen. Ähm... Ja. Danke fürs Gucken unserer Videos. Fürs Dabeisein. Fürs Mögen, fürs Liken und so weiter und so fort. Fürs Abonnieren natürlich. Und ja, ich wünsche euch schöne Feiertage. Videos kommen bei uns ganz normal, keine Sorge. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. We used to be best buddies. And now we're not. I wish you will tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Go away, Anna. Okay, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020